Okay, dann stellen wir mal die Uhr. Das wäre wirklich ein schönes Feature gewesen eine Karte zu haben. Aber nun gut, durch die viele Lauferei erhöht sich natürlich die Spielzeit. Was ja bei Adventern immer so eine Sache ist. So. 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 Und weg ist er. Ja, pünktlich um 19.15 Uhr. Die Wappen wurden erschaffen, um uns in dem richtigen Moment zu helfen? Sie müssen ihm das Herz für mich öffnen. Sind Sie dazu imstande, Kate? So, damit kann man sich die wichtigen Momente in der... Ich verwende mich in einer Hütte. Eine Art Jagdhütte. Ich habe ganz frische Spuren gefunden. Kate Walker muss kürzlich hier gewesen sein. Vor nur wenigen Tagen. Sie muss geangelt haben. Sicher, um sich zu ernähren. Ich habe Köder gefunden. Kenton, Sie gehen mir auf die Nerven. Was interessieren mich Ihre blöden Indizien? Ich will die Frau, verstehen Sie? Kenton, ich... Kenton! Kenton, so antworten Sie doch! Kenton! New York? Lernen Sie mich? Kaum! Reden Sie lauter, Kenton! Ich... da ist... Ich habe ein Problem im Affen. Ein großes Problem! Jetzt müssen wir aber erst mal Oskar holen. Und da der nicht freiwillig reinkommt, müssen wir die Lok holen. Ich hoffe, ich gehe jetzt auch den richtigen Weg und hätte nicht auf die Schienen gemüsst. Aber das werde ich sicherlich gleich erfahren. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen falsch gelaufen. Verdammt. Was ist, wenn ich da runtergehe? Ah, nein. Ich bin richtig gelaufen. Gott sei Dank. Ich bin richtig gelaufen. Das ist viel zu schwer. Ich werde Hilfe brauchen, um ein bisschen zurückzuziehen. Ähm, meine Zeit ist zu Ende. Bis dann, Leute!